Okay, jetzt kommen wir wirklich, also es ist gerade sehr schön bei euch, aber wenn es am schönsten ist, doch mal ja aufhören. Ja, aber wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja weiter. Stimmt, stimmt. Wir müssen ja gar nicht so richtig weiter. Aber wir müssen uns ja ausruhen für morgen. Aber doch, ein bisschen schlafen. Dann übermorgen wieder. Heute blau, morgen blau, übermorgen wieder. Nein, es war ein großartiges Fest heute Abend, so ist Prackeln. Wir wussten, dass es geil wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass es so geil wird. Wir sind hier auf die Bühne gekommen, weil es war ein Sturm und jetzt war unglaublich fantastisch. Prackeln, großartig. Ich habe vorhin gerade, als ich hierher gefahren wurde, habe ich gerade dem Fahrer gesagt, dass es, glaube ich, keinen Club auf der ganzen Welt gibt, in dem ich so oft gespielt habe, wie hier im Z7. Und das sagt doch einiges über das Publikum, den Club, der geht aus, wir aus. Das erste Mal, als wir hier gespielt haben, 1997 war es mir in Ecke, da bin ich da hinten diese Eisentreppe runtergefallen, 1998 war es mir. Da war ich Sternhage voll. Da hat mich der Daniel Zimmermann von Gamma Ray, der hat mich wie er operiert nachher. Nein, das war, ach, das war ganz dramatisch. Fast hätte ich mein Leben hier in Pratteln gelassen. Aber mein Herz habe ich auf jeden Fall in Pratteln gelassen. Jetzt ist der letzte Schnitt für heute Abend. Ihr kennt die Nummer von Lost in Space Mini-Album. Lost in Space! Lost in Space! Lost in Space! Ja, zugeklatschen. Da war es souerde. Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Wir haben die Nummer. In der 상태. Der ist die Nummer. Das ist die Nummer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020